Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Raft. Jetzt gehen wir da rein. So einmal trinken, Salzwasser füllen, essen kann man auch was. So, damit sind wir wieder auf den Daumen. So, wir könnten die weiter packen. So, Salzwasser füllen und wieder rein da. So, auf diese kleine Insel wollte ich nicht schon wieder. Wir suchen eine schöne Insel. Okay, was haben wir noch? Also wir haben Plastik, wir haben Seile, Schrott, Stein, Nägel, noch mehr Plastik. Einen Ziegel haben wir fertig. Schauen wir mal, also einen Ersatzholzbeer, der schadet nie. Hab ich von irgendeinem gehört, ich weiß es gar nicht mehr. Seile, so, Paddel haben wir ja, einen neuen Plastikhaken. Angelrute wäre natürlich auch wieder eine Idee. Damit könnten wir ein bisschen angeln. Eine Axt brauchen wir ja. So, Feder aufnehmen, sehr gut. Also, die Axt haben wir eigentlich, glaube ich, nicht mehr, oder? Ne, wir brauchen eine Axt. So, damit haben wir mal Werkzeug nachgemacht. Das können wir machen, wenn wir es brauchen. Wurfanker haben wir noch. Ja, das kommt noch. Anbaufläche, da fehlen wir wieder Planken. Jetzt nehmen wir. Dann könnten wir die mittlere Anbaufläche. So, das haben wir alles. Ähm. Ja, dann wird es jetzt Zeit, dass wir endlich was finden. Also eine größere Insel, meine ich. So, da rein. Und da rein. Ersatzbeer. Und da kommt wieder das Zeug rein. Und hier der Rest. Die größere Fläche, die könnten wir hier herstellen. Gut, danke für die Federn. Ne, da sind sie drin. Insel. Liebespiel, ich bräuchte eine Insel. Sie muss auch keine sieben Berge haben. Einfach nur eine Insel. sehr gut. Was bräuchte ich für Sammlernetz? Nägelplanke. Lass mein Boot in Ruhe. So. Ich müsste da raus. Oh oh. Jetzt hat er mich, ähm, gekillt. der Halle. Ähm. Ähm. Äh. Ähh. Ähm. Okay. Na gut, dass wir einen Großteil immer wieder reingelegt haben. Also außer Speeren und so, weil braucht man ja. So. Ich brauche jetzt zuerst einmal einen Speer. So, einen Speer, einen Haken, das drehen wir noch um. Ein Paddel, das haben wir auch verloren. Doofa Hai. Na warte nur, du Hai. Sehr gut. So, also Seiler. Ein Paddel. Was brauchen wir noch? Eine Angelrute wäre cool. Die schmelzen, ja. Und für Sammlernetze brauchen wir jetzt Planken. Wir haben hier Kartoffeln, nachdem wir gerade unsere Rüben verloren haben. Werden wir hier jetzt erstmal Tier anbauen und wir werden erstmal das kochen. so. Rüben haben wir jetzt alle angebaut. Federn. Holz. Ein Hammer. Hammer. Hammer fehlen uns hier auch noch. So, die Federn kommen da rein. Ich bräuchte den Hammer. Mit dem Hammer kann ich jetzt hoffentlich das hier reparieren. Wenn wir mal eine Planker haben. Fehlt mir noch eine Planker. No. Gut. Hätten wir das. Oh. Schön. Und jetzt? Gute Nacht. Ein Schiff. Oh. Ähm. Komm her. Ja. Oh Mann. So, das gehen wir rein und das gehen wir rein. Und das nehmen wir alles. Oh. Geht sich nicht aus. Okay. So, das Schiff segelt leider trotzdem weiter. Macht nichts. Wir brauchen jetzt erst einmal Sammelnetze. Dazu brauchen wir noch mehr Planken. Wir brauchen jetzt erst einmal hier hin. Jetzt können wir da wenigstens durchgehen. Jetzt fehlt mir da nicht mehr so viel. Ernten, 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 ernten. Dann tun wir hier wieder. Gehen hier abhören. Passt's. Okay. So. Peter. ist okay geben wir das trinken Salzwasser da rein und hier rein so, da drüben könnte man größeres Zeug ah, boah, ich sehe was ich sehe, was eine Insel auf die gehen wir gleich ups ja von oben kann man den Haken übrigens weiter werfen zumindest scheint so ach E und R so ja da 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 nein machen wir es direkt wir wollen direkt ran pick up jetzt drehen wir uns wenn wir an die Insel andocken quasi sehr gut sehr gut jetzt jetzt haben wir hier eine Insel da müssen wir wieder über die Palmen hochspringen ich freue mich okay, also wir haben eine Insel gefunden dann entleeren wir uns mal da 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 gehen noch ein bisschen Plastik dazu ein bisschen Schrott die Steine gehen da rein okay so das geben wir noch als Seil dazu so und die Planken gehen wir da rein wir brauchen die Axt und der Hammer bleibt erstmal da und jetzt viel Spaß so so okay ach ich liebe so Jumping Runnen lang ich glaube ich mache es mal einfacher so wobei haben wir dafür genug Planken machen wir die mal weg Palmsamen sehr gut eine Planke solange wir auf der Anker liegen sammeln wir keinen Schrott klar weil sonst würde man sich permanent zu einer Insel geben da würde man vielleicht hochkommen okay ich nehme jetzt einmal das einmal das da weil haben wir wieder einen Platz mehr und die gibt lecker aus so Holz haben wir da mit Plastik haben wir voll da Palmsamen gehen wahrscheinlich nur ein großer Mist Moment wie sollen wir hier Federn Federn kommen doch hier rein so wir brauchen quasi hier eine Möglichkeit um hoch um hochzukommen um hochzukommen weg mit dir weg mit dir so das heißt wir brauchen jetzt Holz und Plastik weiß ich gar nicht aber wir brauchen den Hammer ich möchte jetzt als erstes ach Nägel dann brauche ich Schrott so also Nägel dann brauche ich eine noch mal so dann brauche ich eine Rampe da brauche ich eigentlich nur noch eine Leiter da und dann kann man sagen das geht da rein das geht da rein und da haben wir geht da rein jetzt jetzt können wir hier alles einsammeln was ist ein Großteil davon ist zwar für Farben aber es macht ja nichts Wassermelonen lecker ja wie kommen wir da hoch das ist die gute Frage können wir auf den Baum raufspringen können wir also auf den Baum kommen wir mir fehlt aber gerade der Überblick wie wir da hochkommen könnten auf den kommen wir nicht hoch gut also 9 ich habe Durst ich muss runter gut da hochkommen wir jetzt jederzeit so gehen wir mal eben was trinken da rein so die ganzen Holzplanken können wir da rein tun die Palmmädel geht noch eins dahin diese ganzen Samen haben wir irgendwas für mittlere Beter großer mittelgroßer ok die kleinen brauchen noch ich hätte ja noch Wassermelonen malzart so jetzt habe ich mal keinen Durst mehr das ist doch ok so gib mir den Becher püh verschwindet von meiner Amperfläche echt kann ich die da erforschen nein nein auch nicht auch nicht also die Farben braucht man nicht erforschen so kann jetzt leider nichts mehr ablegen das ist doof ich könnte allerdings da noch Seile machen dann haben wir hier nur einen und die Seile wo haben wir Seile? da ran die Feder könnten wir da dazu legen aber das war es dann schon schau mal schau mal mal ja komm ich würde da gerne hochkommen dann mache ich wenigstens so einen Boom weg ja? ich schwörs da kann ich aber jetzt gerade nichts dagegen tun ich bin zu weit oben ich bin zu weit oben jetzt hat er mich kaputt gemacht der normale ok das ist ok das darf ich der Vogel stört mich aber geht ja mal gar nicht also wirklich wir haben hier Samen für eine große Anbaufläche super Kokosnüsse Mangos Mangos sollen richtig gut sein und ein paar Palmwedel ok wir brauchen eigentlich noch Kisten Grundstoffschrott und Seile das haben wir aber Grundstoff Grundstoff Seil oh so einmal drehen dann kommt nicht jetzt da dann mal das Zeug rein das können wir ja anbauen nachher das können wir nicht anbauen und das können wir nicht anbauen da hinten können wir wieder das rein tun da können wir das rein tun dann haben wir hier drei Samen fünf Früchte die übrig bleiben und wir brauchen einen Hammer wenn wir kein Plastik haben geht es nicht so nein ich darf jetzt nicht bauen sonst muss ich schneller weg hier ja ich habe eh nur noch zwei nein 22 Holz ok so jetzt gehen wir mal schlafen und morgen schauen wir dann unter Wasser gute Nacht aber aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge ich sage danke fürs Zuschauen ich hoffe euch gefällt das Spiel mindestens so gut wie mir also ich mag es einfach und wir schauen beim nächsten Mal ob wir hier leben kriegen also bis dahin sage ich tschüss 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 zscha und ob wir irgendwie doch nach oben kommen und den Mankoberm müssen wir noch abbauen also Tschüs ich wurde ja darunter gebrochen so jetzt ist er weg bis zum nächsten Mal All right.